So, es geht los. Hier auch für unterwegs. Energy muss sein. Wird ein langer Tag. Code Orange. Code Orange ist angesagt. So, erster Schritt zu nehmen. Teddy. Let's go. Erste Station. War nichts. Wir müssen auch Preise zeigen. Vielleicht finden wir. Ich weiß nicht, wie Code Orange funktioniert. Wir gucken nach Halloween Deko. Was die da haben und was es kostet. Aber wer kostet haben wir vergessen. Sag mal, sind wir vom Team Preiseinholung oder was? Ja, ich kenne mal doch. Oh, die Frau Schanz. Opa, Kollege mit Bier in Amt. Ab in den Rufus. In den Rufio. Ein Appartamento. Rufu Kinderland war der Hit. Weil das war eher immer ein... eher ein Wintershopping sozusagen. Was man gerne hätte, aber nicht bekommt. Also hier haben wir noch nichts mit Halloween. Garden. Guck, da ist wie so Blumen drin. Wo ist denn das Mario-Eck hin? Na gut, das braucht man sich ja alles halt anzuschauen, ne? Ist schon stark, aber hier der Bus. Äh, Bus sag ich. 110 Euro. Also ihr habt es gesehen. Rufu Kinderland. Auch ganz schön mager. Eigentlich gar nichts. Also kannst du sagen, was du willst um Ikea ist immer viel los. Ikea ist immer viel, also. So, oder? Kannst du dir auch eine gute Küche kaufen? So, Apparcamiento. Haben wir direkt was... Fortunes. Komma, wie bestellt. Maison du Monde. Also jetzt hier angekommen im... Maison du Monde, oder wie das heißt. Oh, so ein kleiner Fixchen. Da gibt es ein toller Stuhl. Aber die haben ja schon schöne Sachen, ne? Aber das muss man dann schon irgendwie im Gesamtkonzept sehen, ne? Was ist denn das für ein Ei? Boah. You're my fantasy girl. Hey, ganz ehrlich. Haben wir es noch nicht glauben wollt, ne? Aber so viel wollte ich gar nicht. Was sagst du? Eine Waffel als Nachtisch, Knoblauchbrot und Salat. Hallo. Das ist schön. Guck mal. So für so ein Kürkispie. 17,99. Äh, ist schon ein bisschen teuer irgendwie. 18,99. Äh, ist schon ein bisschen teuer irgendwie. Da hinten auch. Betrisch. Was sollst du dir? Ja, das ist ein Handtuch. Das ist ein Handtuch. Für 6,99. Was sagst du? Warte, die ist Bock esslich, Alter. Ja. Nee. Und hier für 79. Ich finde die schön. Nee. Doch. Was? 250. Der Besuch war ja immer mega unnötig jetzt, ne? Ja, ich bin enttäuscht von Code Orange Mannheim Sandhofen. Also hier ist nur vereinzelt was. Und das ist auch nett gebündelt, schön aufgebaut. Also Präsentierung gar nicht gut. Vielleicht sind wir auch zu früh und die Sachen sind noch nicht alle da. Aber selbst wenn, hätte ich halt im Lager die ganzen Halloween-Herbstsachen absortiert, zur Seite gestellt und alles gebündelt auf einer Saisonfläche zusammen präsentiert und nicht so vereinzelt rein. Aber vor allem, was ist das, was mich richtig aufregt? Das unnötige Frühstück. Ja. Ich habe mir unnötig 12 von diesen Fleischballern da hineingedrückt. Eine Portion Pommes, die ich gar nicht so groß haben wollte. Ja, 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 was der alles wollte, ne? Aber, ähm. So, jetzt hier im Car, äh, Car in Lautern, im Einkaufszentrum, geht's rüber zum Teddy, ne, Aktion. Ja, man will ja nichts sagen, ne? Aber hier die Gegend ist schon ganz schön wild, ne? Äh, hier trifft man so ziemlich alles an, ne? So, ja, Action. Was ist das? Schleim zu machen. Ja. Okay. So, man muss schon sagen, ne? Das Eckchen war schon wild, wild besucht. Aber, die hatten auf jeden Fall mehr, wie die Ikea. Ja, vor allem die ganzen Süßigkeiten, die sie aufgebaut hatten, ne? Da sind schon coole Sachen dabei. So, was hast du hier gezogen? Das koreanische Style, wie sagt man das? Korean-Style. Mh. 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 Espresso. Pinja Ale Espresso. Sparkling. Whatever. Mh. 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 Interessen. Mh. Mh. Oh, ichरte… Margaheim. Jürgen. Jürgen. So, ich habe richtig Spaß beim Schuppen, merke ich. Jetzt sind wir hier im Primark in Kaiserslautern. So, eben haben wir erfahren, wir machen nächste Woche zu. Das ist die letzte Woche. Schock. Das ist die nächste Woche. 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 So, wir sind angekommen in Frankreich. Hier beim Köra. Gehen wir mal gucken, was Code Orange so ist. Wie lange hat das jetzt hergedauert? Eine halbe Stunde. Hier haben wir echt so eine geile Spielbahn. Anime, Manga, Abteilung, Videospiele. Da gucke ich immer gerne mal drüber, was wir auch an Videogames haben. Die Sondereditions finde ich eigentlich gar nicht so in Deutschland, außer auf den einschlägigen Onlineportalen. Und auch hier wieder nur die feinsten Backwaren. Hier wenigstens etwas für den Code Orange. Hier 2,49 Euro. Oder hier unten auch die Backformen. 1 Euro, 1 Euro. So viele Köstlichkeiten, aber die machen auch Sodbrennen und einen dicken Bauch. Braucht man nicht. Auch unangepochten hier die Mopro, die Molkereiprodukteabteilung. Wir haben so viel Auswahl immer. Das sind jetzt hier nur Pudding, Joghurt mäßig. Die nächsten 2 Reihen gefüllt. Nur Cheese, please. Was willst du denn alles kaufen? Schoki, Schoki, Schoki. Code Orange war nix. Das ist wahrscheinlich auch nicht so das Thema Halloween hier in Frankreich. Doch, aber ich denke zu früh. Jetzt fahren wir wieder heim. Ja. Noch irgendeine Station? Nein. Also, er ist nicht zu überhören. prevented nach. 14 abonni. Alles gut. H crow des Genạo. H marca. Jetzt geweappelle Tag. Dass he recht macht.